Weil ich dich verstehe und dir glaube. Ich weiß, wie es ist, verzweifelt um sein Leben zu kämpfen. Es gibt einem eine neue Perspektive. Ich denke, das war alles. Du solltest Reed anrufen. Sag ihm, wir sind bereit für das Treffen mit Hansen. Wir sind sicher. War das jetzt die richtige Wahl? Mal kommen, ja. Hansen, nur Hansen anrufen, wo ist er denn? Reed, der Hansen, ist er Hansen anrufen? Ruf Reed an! Reed anrufen, nur Menschen, Reed, Reed, Reed. Wie? Lagebericht. Reed, hey! Wie geht's? Nova, danke. Und dir? Kauf mir ein kaltes Bier, wenn das alles vorbei ist. Dann können wir plaudern. Aber jetzt sagst du mir, wie es mit der Mission aussieht. Somi hat mich kontaktiert. Es gibt Neuigkeiten. Dann lass hören. Also erstens, wir haben das okay. Unser VIP ist für uns bereit. Das höre ich gern. Was noch? Songbird hat sich mir anvertraut. Ein paar Dinge verraten. Es sieht übel aus. Richtig übel. Diese Tag ist ihre einzige Hoffnung. Verstehe ich. Also müssen wir uns erst recht auf die Mission konzentrieren und das Heilmittel besorgen. Wir brauchen dieses Tracking-System. Also, an die Arbeit. Sag mir sofort Bescheid, wenn du den Verschlüsselungscode aus dem System hast. Ich wollte jetzt nicht zu viel erzählen. Ich hab's jetzt mal sein gelassen. Äh, Balls to the Wall. Darauf gehen wir jetzt mal hin. Das machen wir jetzt auch mal erst mal zu Ende. Nee, das hab ich jetzt nicht gesagt. Das hab ich einfach reinlassen. Er muss nicht alles wissen. Ich habe nichts gesagt. Ich hab auch mit meinen Kollegen auf 70er Meter zum Boden. Ich habe ihn. Ich habe jetztkligen. Ich habe nicht mehr gesehen. Ich hab ihr mit meinen Schuhnsuch. кажд werde ich auch mit Vlogs machen. Das machen wir von Halloween. und du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Es ist schon wieder da, ne? Oh Gott, jetzt willst du das nicht! Oh Gott! Hahaha! Komm zu Papa! Ich bin mal gespannt, ob ich das so hinkriege. Fuck. Äh... Sperr... Oh! 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 Bebe ich euch! Komm raus, bringen wir es zu Ende. Jetzt zeige ich dir. Verstanden. Ach komm, wir sind ja so gut, scheißegal. Zum Glück haben wir nichts besseres zu tun, als Zeit mit diesem Teenie-Gang-Drama zu vergeuden. Ja, da sagst du was. Klappe, Johnny. Ich will das durchziehen. Aha. Okay. Okay. Du hättest unsere Leute gegen uns auf. Hältst dich wohl für clever was? Das wirst du bereuen. Niemand legt sich mit Juri an. Ah, fuck! Irgendwelche letzten Worte? Tut das weh? Das ist aber schnell eskaliert. Durchsuch die Taschen. Vielleicht sind wir in der Lasterwahr noch mehr Generatoren. Gut, dass du noch ein paar extra auftreiben konntest. Die Welpen haben sich zum Krankenhaus gefahren. Sie sind nicht mehr verfügbar. Die Neu-Intern geklaut. Was sie alleine haben. Alles, was sie alleine haben, fahren lassen. Der kleine Torres. Willst du mich verarschen? Erlege ihn. Auf öffentlich. Vielleicht kommt unter den Nagel. Und ich will Generatoren wieder bekommen. Verstanden? Okay, klar, Boss. Wird nie wieder vorkommen. Hoffe ich doch für dich. Der Ficker hat's rausgefunden. Paco hängt vermutlich irgendwo als Warnung. Scheiße. Diese Drecksfotzen. Was für ein Chaos. Wenn der Choom trotz allem noch lebt, haben wir noch eine Chance. 8.7 Body Heat. Night City Tower. So, Marco, können wir. Verfickte Scheiße. Weh! Dampfer quacksalber. Wach denn Andersons Klinik? Fakt. Erkennst du was Besseres, wo man... Wo man dir gratis ne neue Leber einsetzt? Hättest dir ein paar Eddies auftreiben müssen. Du hast doch noch zwei gesunde Nieren, oder? Schares Geldschuh. Hey, hab nur noch eine. Dann muss ich verkaufen, um noch Cocktail zu kommen. Pass mal auf! Pass mal auf! Oh, danke. Hey, Vorsicht! Paco. Verdammt, nochmal. Bleibt nur noch die Kleine. Die könnte da genauso hängen, wenn Hanson sie verdächtigen würde. Ja, vielleicht. Äh, Babs, wie hier? Alles okay? Ich bin doch vernünftig, von ihm erst mal unterzutauchen. Gib ihm etwas zeigen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Verdammt, nochmal. Das ist alles meine Schuld. Ich habe den verwirrten Hundezwinger geführt. Mach dir keine Vorwürfe. Es war seine Entscheidung, Bagnes beizutreten. Er wusste, dass es gefährlich ist. Ich bin unterwegs nach Kenia. Ein Schuh von... Pass auf dich auf. Scheiß auf Doktor. Pass auf dich auf. das war es mehr habe ich nicht mehr aber hier guck mal 4 4 4 mehr habe ich nicht mehr es ja 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 Was war das? Das ist so viel Schalnebe, so ich bin gefahren. Ah, heftig! Das ist okay. Oh! 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 Ah! 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 Okay. Wo ist es? Wo ist es? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich höre die auf der Seite. Scheiße. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Toll. Echt toll. Was denn? Wir haben ein Problem, Alex. Wir brauchen mehrere Stationen, um den Verschlüsselungscode zu erstellen. Scheiße. Moment. Okay. Ich hab noch eine gefunden. Warte. Ich versuch's mit nem Ping aus der Entfernung. Geht schneller. Clever. Keine Reaktion. Meinst du rumstehen hilft da? Warten wir's ab? Meinst du eine weitere reicht uns? Das ist ein Mietwagenverleih, verdammt nochmal. Wie kompliziert kann das denn bitte sein? Dann mal los. Viel Glück. Und ruf Reed an, sobald du den Verschlüsselungscode hast. Dann holen wir mal. Jock? 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 Es ist schwer zu fahren, so. Sieh! 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 Dann kill dich! Schaffst du! Hier findest du es nicht? Also zieh Leine, na los! Hey! Ist es deine Mutter? Geht es hier gut? Mhmm, alles ok. Ganz sicher? Ich weiß nicht. Sag lieber jemandem Bescheid. Nö, sie kommt noch gerade von einem BD-Trip runter. Wacht bald auf. Dann futtert sie einen Scabdog und jammert über Kopfschmerzen. Wie immer halt. Ich bin von Caron Exotics. Ich soll unseren Empfänger reparieren. Was auch immer. Funktioniert nicht. Geht nicht? So ein Ärger. Willst du einen Tipp? Ich sag dir, wie du ihn wieder hinkriegst, wenn du willst. Alte Leute brauchen mit so Zeug manchmal Hilfe. Also, du musst ihn erst ausschalten und wieder einschalten. Hey, ich sag dir, wo du den Einschalter suchen kannst für... tausendets. Abgemacht? Danke. Aber nein, danke. Ich komm schon klar. Ja, klar. Glaub ich dir. Wie wär's mit 10? Für 10 Eds helf ich dir auch. Okay. Die Eddies gehören dir. Nova. Guter Deal. Also, wo ist der Schalter? Weiß nicht. Irgendwo hier. Habt ihr ja gesagt, ich sag dir, wo du suchen kannst. Nicht, wo er ist. Wir spielen warm-kalt, okay? Wenn du dich ihm näherst, sag ich wärmer. Lass uns beginnen. Du kapierst es schon. Nein, nein. Eiskalt. Wärmer. Wärmer. Fast heiß. Was für ne Scheiße. Mal mir die. Nein. Ausgerechnet an der Stelle. Scheiß Stromausfall. Ja. Geil. Es geht weiter, Baby. Jetzt hast du die Wahl. Hotter Reset oder harter Tritt. Jo, 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 denk nicht mal dran, hier drauf zu gehen. Ich fass keine Leiter. So fühlt sich bestimmt ein Hirnschlag an. Super, Johnny. Danke. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Beeil dich mal. Die Zeit läuft ab. Ich geb mir ja Mühe. Luka. 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 ist angekommen gute arbeit damit kann ich euro emmig aufspüren sobald in der nähe der doktor sind wissen wir auch davon es kann losgehen das signal von tucker läuft ich kann ein paar stunden ich brauche ein paar stunden ich melde mich dann wir kommen in entzieh ganz groß raus auf dem weg zum gold und platin ok ja ich gehe jetzt mal runter hier ich speichere mal gerade und dann will ich die gerade auslöschen da hinten weil ich einfach bock habe noch ein bisschen was machen noch gerade hey wie jetzt wo du diese nervige sache mit den empfängern erledigt hast machst du in der moth vorbei kommen einfach mal durchatmen entspannen die flasche ist schon geöffnet ein ganz besondere für ganz besondere anlässt was meinst du dich wie ich das schwierigste an der mission ist zu warten aber na klar dann haben wir zeit haben wir dafür den zeit ja klar kleiner trink kann mir nicht schaden keine gerechtigkeit keine gnade ja 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 okay Danke fürs Zungucken, abonnieren, like, teilen, kommentieren. Das war Cyberpunk 4 für heute. Danke fürs Zungucken. Bis dann. Ciao.